Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, mein Name ist Kamal Afse. Willkommen bei Kamers. Heute haben wir ein ganz ganz spezielles Duell oder ganz ganz spezielles Video und zwar fahren wir den Audi R8 gegen den Stelvio bei dem Allradantrieb. Bis zum nächsten Mal. Liegen so wegen dem Spider bisschen identisch. Ach jo, das ist ein R8 Spider. Liegen so fast identisch mit dem Gewicht, mit der Gewichtanzahl, Leistung auch. Beide knapp 600 PS. Aber das, was wirklich sehr sehr speziell in diesem Video ist, diesen R8, den könnt ihr machen. Wenn sie in der Phase des Lebens sind, wo sie nicht wissen, was sie machen sollen, ist dieses Mindset-Paket wirklich enorm wichtig. Vielleicht einfach mal zu gucken, wo stehe ich gerade, wie stehe ich nach dem Paket, nach den Videos, nach der Erfahrung anderer Menschen. Vielleicht hat man dann einfach einen besseren Überblick darüber, was man in Zukunft machen möchte. hatte ich persönlich auch tatsächlich und ich muss echt sagen, wenn mir da jemand mit sowas geholfen hätte, wäre das wirklich von unschätzbaren Wert. Am 15.11. geht es los. Merkt euch diesen Tag und es geht jetzt los. Tag und es geht jetzt los. violi, 50, ich bin soweit und los. Oh, Junge, ich hab noch fast hier. Wie der hier schreit, Alter, dieser V10. So, wie kann man sowas Tolles nicht mehr bauen? Das ist einfach die Frage aller Fragen, muss ich sagen. So, das Gleiche machen wir nochmal. Wowly 50, kleines Feature, das Lenkrad besteht aus Carbon. Also das ist ein modifiziertes, wunderschönes Lenkrad, muss ich sagen. Auch die Schaltwippen sind im Carbon. Und ja, hierüber kann man auch die Abgasanlage und die Drive Select steuern. Also es ist ein wirklich wunderschöner R8 Spider mit schönen blauen Nähten. Also wie gesagt, 15.11. macht bei der Verlosung mit. R8 mit einem wundervollen Mindset-Paket. Und los! R8 mit einem wunderschöner R8 mit einem wunderschöner R8 mit einem wunderschöner R8. R8 mit einem wunderschöner R8 mit einem wunderschöner R8 mit einem wunderschöner R8. R8 mit einem wunderschöner R8 mit einem wunderschöner R8 mit einem wunderschöner R8. Spyder gegen den Alfa Romeo Stelvio. Wie gesagt, 15.11. könnt ihr bei der ich würde mitmachen. Wie gesagt, was wichtig dabei ist, einfach dieses Mindset-Paket. Ich würde dazu schlagen, wenn du gerade in einer Phase deines Lebens bist, wo du nicht weißt, wo geht die Reise hin in meinem Leben, was mache ich, was du absolut empfehlen, daran teilzunehmen. Das sind wirklich ein paar Euros, die man sich da zur Brust nimmt, die man investiert, und heutzutage muss man wirklich in sowas investieren, um einfach im Leben voranzukommen. Deswegen, mach bei der mein Name ist Kamal Avse und bis bald.